Glaubt aber an ein Tier? Trinkt mir nur nix. Ich find's halt scheiße von ihm, dass er nicht Bescheid sagt. Muss man nicht mal sagen. Ich sein Account, wenn er Steam Spiel spielen möchte. Okay, gut. Muss ich halt raus, aber dass er halt nicht Bescheid sagt, ist halt belastend. Ich weiß halt auch, was er gerade macht. Er wird jetzt Myth of Empire spielen. Das machen wir nämlich auch am... Oh fuck. Okay, direkt nochmal Quickload, Leute. Direkt nochmal Quickload. Scheiße. Mann, eine Pisse. Und nochmal. Großer Weidekorb braucht kein Mensch, ganz ehrlich. Nochmal Zinn komplett weg. Blöcke weg. Steine weg. Hol'n bisschen was knabbern. Feichern. Ja, das ist schon alles eingesammelt, ne? Ja. Hier bin ich. Warte mal, wo war jetzt das Lager mit dem Bogen? Mit dem Bogen komme ich schon viel geiler zurecht. Das war irgendwo hier, ne? Ich glaub, da war jetzt auch der... Der Vincent. Geht da trotzdem hin. Mit der Hoffnung, ich finde das Lager da. Sofern das noch da ist. Wie gesagt, wird ja alles irgendwie zufällig regeneriert. Man ahnen, wie das aussieht nach nem Laden vom Spiel. So. Ich sehe es nicht, das Lager. Müsste eigentlich jetzt hier in unmittelbarer Nähe sein. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich da? Was man aber auch gar nix sieht, ne? So was von nichts. Mann, ich war ja hier und bin nach da gelaufen. Vielleicht ist das Lager da irgendwo. Guck mal. Boah, auf jeden Fall Luftlinie von Denica zu Gostovia. I remember. I remember these. But I'm not entirely sure where exactly. Da wurde ein Hase abgesetzt. Wunderbar. Hasentransportdienst. Egal, dann machen wir es nochmal auf die herkömmliche Art. Messer auf der 5. Speer da. Dann knüpple ich die nochmal so nieder. Speicher nochmal. So, müssen wir nur nochmal ganz kurz die Erehe finden. Wo seid ihr? Komm zu Papa. Komm zu Papa. Vielleicht sollte ich einfach nur noch zwei Minuten warten, dann ist es hell. Aber wieder ein Hase. Da haben wir doch eins. Wenn du eigentlich mit Schleichen direkt rankommst, ne? Komm schon. Nimm den Speer. Und jetzt hinterher lassen. Ich glaube den kriege ich. Ja, den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Seit wann halten die denn so einen Kopfschuss aus, Digga? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich den Kopf treffe. Sehr gut. Oder was sagt ihr? Moin, Eckhut! Wie geht's? Grüße dich. Ich trage schon wieder zu viel bei mir. Natürlich tue ich das. Natürlich. Ich schmeiße auch wieder alles weg. Was sagst du denn dazu? Jetzt cool, man. Ich brauche meine Pfeile. Guck mal, irgendwie habe ich die Playlist nicht angemacht, ne? Holzspeer auf die zwei. Das ist auch Nummer der Uno. Hauen wir noch einen. Wir können mal an Bäume gucken. Ich meine, die koten ja gerne mal hier ab. Hm. Ja, ne doch. Hier muss noch eins in der Nähe sein. Ist ja auf jeden Fall fester Kot. Fester Kot, aber noch frisch. Weißt du? Ich glaube, irgendwo hier in der Nähe. Oh, ich sehe es nicht. Ach da. Fuck, da ist noch eins. Fuck. Da habe ich meinen Speer gerade verloren. Kann ich jetzt einfach abstechen. Not entirely shoot. Ah, das Ampel kommt auf. Das andere kommt auch. Ich renne mal noch ein bisschen, ne? Ich weiß auf den Speer. Habe ich sie abgehangen? Okay, gut. Ich mache aber noch einen Speer. Nimm da lieber den Hirsch. Ja, ist easier. War's okay. Okay. Da kommt der Speer. Ich muss noch mal ganz kurz zum Chat wechseln. So. Und wir rüsten den Speer aus und dann können wir es probieren. Wo ist das Tier jetzt hin? Hier war doch gerade einer. Also, der weg ist. Ah, ich habe kein Glück. Ich habe absolut kein Glück. Da oben. Es ist ein Opfer. Da ist noch ein Fuchs rechts unten. Ah, das ist ein Hirsch. Da ist. Da ist. Da sind wir uns Opfer. Den einigen machen wir uns jetzt klar. Und der fängt an zu laufen. Okay, ich mache mich breit zum Rennen. Okay. Und los geht's. Werden wir nehmen? Und let's do this. Oh nein, wo ist er hin? Da. Nein, 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 nein. Das ist ungünstig. Ich steche den ab und komme später wieder. Okay, ich komme später wieder. Okay, okay, okay. Bleib los fern, sonst steche ich dich auch ab, mein Freund. Ist weggerannt, ne? Glaube ich. Ja, der ist wieder weggerannt. Sehr gut. Jetzt ganz schön ausweiten. Sehr gute Aktion. Sehr gut. Alter, der ist ein Meisterjäger. Ich schwöre. So, natürlich trage ich wieder zu viel mit mir rum. Reicht das? 0,5 noch zu viel. Ich würde gerne noch ein bisschen behalten. Guck mal hier. So. Dann wieder zurück nach Denica. Ja, alles schon. Haben wir gerade alles schon gemacht. Speichern. Ganz wichtig. Wurde Spiel wieder abkackt. Oder sonst irgendwas. Adirung kann uns jetzt nicht mehr aus der Bibliothek rauswerfen. Warte mal, ich guck mal kurz nach. Nee. Gerade. So. Wo ist denn die Gute? Ach hier, direkt hier drinnen. Wir waren sogar ein bisschen schneller als vorher. So. Das haben wir ja gerade alles schon gemacht. Bla, 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 bla. Okay, gut. Da, 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 da. Ich würde gerne verkaufen. Gucken wir mal, ob ich hier ein bisschen... Gucken wir mal, ob ich hier ein bisschen talken kann. Fresh talken. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Jetzt hätte ich jetzt noch ein bisschen gequatscht, bis sie... Ich glaube, ich quatsche hier auch noch ein bisschen, bis sie wach werden. Dann verkaufe ich mal ein paar... Things. Objects of Interest. Natürlich. Wir haben hier ein Luxusleben, weißt du? Das ist im Mittelalter. Leben alle relativ bäuerlich hier und die schlafen bis... Keine Ahnung, man. Wie spät haben wir es? Es ist mittlerweile... Will ich es wissen. Es ist mittlerweile 5 Uhr, weißt du? 5 Uhr. Da müssen die doch schon längst auf den Feldern stehen. Jetzt mal im Ernst. Ich glaube, 6 Uhr bestimmt, ne? 6 Uhr stehen die auf. Ist jetzt geraten. Ich habe da noch nie drauf geachtet. Ich chill jetzt hier bis 6 Uhr und gucke, ob ich das dann... Ob ich ein bisschen verkaufen kann bei ihr. Weil ich gehe mal stark davon aus, dass wir wieder auf das eine Lager stoßen werden. Hoffe ich zumindest. Und dass wir dann da ein bisschen looten können, ohne wieder Sachen wegwerfen zu müssen. Warte. 5 Uhr 48. Ja, komm, in der Zeit. Wir stellen uns einfach hier hin in die Ecke, weißt du? Und bespannen die. Mit einem richtig psychischen Blick. Hauptsache noch das Messer in der Hand. Wenn die aufwachen, buh. Geil, Mann. Die haben einfach auch zwei Kinder, ne? Die haben ja gar kein Leben mehr. Hey, lol. Ist sie nicht auch ein Kind? Weil der kannst du kaufen. Sehr witzig. Die Leute sind ja ihre Kinder und die ist schon voll ausgewachsen. Die ist berufstätig. Sehr wild. Kinderarbeit! Versklaverei! Dann kommen die mit. Ja, wir leben ja in ärmlichen Verhältnissen. Wir müssen unsere Kinder arbeiten lassen, weißt du? Karte. Es ist mittlerweile 6.11 Uhr. Scheiße. Mein Plan geht nicht auf. Oh, doch. Oh, Matilda. Zeig mir deine Ware. Halt die Klappe. So. Ich würde gerne erstmal Eisen verkaufen. Ich glaube, das benötigen wir noch nicht. Und da wir jetzt wissen, wo es das gibt, brauchen wir es auch aktuell eigentlich nicht, ne? So. Wollen wir auch noch verkaufen. Im Dunkel haben wir es frisch besorgt. Ich bin am überlegen. Wir haben mittlerweile hier so viel Scheiße. Holzschaufel. Die müssen wir auf jeden Fall behalten. Ja, wirklich viel hat es jetzt nicht gebracht. Viel hat es echt nicht gebracht. Komm, ich verkaufe nur hier das Fleisch. Mal gucken, wie weit ich damit komme. See you soon. See you soon. Äh. All. Hallo. Habe ich jetzt eigentlich schon Dung wieder gekauft? Ja, 20 Dung ist dabei. Ähm. Dann. Okay. Latzen wir wieder nach Kostovia und da sind wir ja da, wo wir gerade von Adilion rausgekickt wurden sind. Ist das nicht herrlich? Dinge doppelt und dreifach zu machen. Herrlich. Och. Ich liebe es. Den haue ich morgen auf die Fresse erstmal, wenn ich ihn sehe. Dafür auf jeden Fall. Haben wir hier ein wenig Löwenzahn? Ich würde mich drüber freuen. Ich würde auch dafür bezahlen. Ich würde es mir sofort ein Verleih geben. Ja, dann müssen wir auch gar nicht drüber streiten. Das macht mich einfach viel fitter. Dann folgt sofort eine Nachricht auf Twitter. Ich glaube, ich laufe falsch. Oder? Ich muss was trinken. Ich finde das Lager leider nicht mehr wieder. Schade ey, wir hatten einen Bogen, man. Ja, Adilion. Adilion ist uns eigentlich ein Bogen schuldig, wa? Blöd gelaufen. Oder kommt das noch? Wir haben aber schon noch ein Stückchen vor uns, ne? Vielleicht kommt das ja auch noch. Ich muss auch ein paar Bären knabausern. Knabüsern. Sonst sterbe ich hier im Busch, weißt du? Das geht es echt nicht gut gerade. So einen ganzen Becher Bären. Was meinet ihr? 55 Bären. 59 Bären. 64 Bären. Sollte eigentlich ausreichen. Boah, das ist aber echt schnell gefahren, ne? Sehr schön. Kann ich eigentlich direkt noch ein paar mitnehmen. Kann ich verkaufen. Pro Bären 0,25 Bären sind eine Münze. Boah. Gibt geileres. Aber ist erstmal ein bisschen Geld. Und warte geht's. Ich glaube, das Lager kommt tatsächlich erst noch. Aber wir lassen uns da mal ganz bequem überraschend. Oh nein, es hat uns. Es hat uns. Und die Ausdauer ist nah. Scheiße! Wie lange rennt uns das noch hinterher? Ei, okay. Keine Ausdauer mehr. Es hat gestoppt. Uh. Okay, wir hatten extrem Glück, glaube ich. Ich meine, es hätten uns sowieso bloß zwei, dreimal gepitcht. Gehe ich mal von aus. Ah, muss ja trotzdem nicht sein. Beste. Nee, ich finde das Lager nicht wieder. Jetzt sind wir so gut wie ein Gostovia. Das finde ich nicht mehr wieder. Naja, ein bisschen blöd. Wir hatten ein Bogen. In Gedenken an. Das Lied ist voll geil. Gerade extrem entspannt. Komm grad so ein bisschen runter, weißt du? Nur durch das Lied. Ich hoffe, das ist ein 1-Stunden-Remix. Alle anderen so, nein bitte nicht! Lass es enden! Oh nein, es ist vorbei. Nein! Jetzt, wo es grad so schön war. Moin Ladies! So, na wo ja? Ich sollte speichern. Hast du irgendwas gehört? In Lesnika, alles Dächen. So, kümmern wir uns mal um die Romantik. Äh, seit meiner Kindheit hab ich schön Angst. Okay. Ja, komm hier, zack. Du es filmst. Äh, als ich hier im Tal ankam. Das machen wir dann. Mann, du bist mir aufgefallen, meine süße, hakenäßige Frau. Ähm. Aue, die hat nix mehr. Schade. Äh, verabschiede ich mich. Wir waren schon lang nicht mehr im Dorf, ne? Wie Sabo mittlerweile aussieht, ob die weitergebaut haben. Boah, das wär voll stark. Moin Orwin. Ich bin zurück und bringe gute Neuigkeiten. Dein Sack ist fertig. Ja, bitte, 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 bitte. Ja, hier ist auch okay. Meine Mutter, deine Mutter. Äh, vergiss nicht. Alles liegt in deiner Hand. Mach ich gut. Es war mir eine Ehre. So. So. So, wer hat denn hier die Quest? Hängt da gar nix. So, der gute Robert. Ähm. Was kann ich für dich? Ich habe gehört, dass du gut im Jagen bist. Alles klar, hier, zack, Gespräch wenden. So. Jetzt haben wir es. Wir sind wieder auf dem Stand von eben. Diplomatie. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt brauchen wir noch eins in Diplomatie. Und dann würde ich das sofort skillen. Dann sehen wir die, äh, Skills von den NPC. Die Fähigkeiten. Da müssen wir nicht mehr... Da müssen wir nicht mehr blind uns NPCs aussuchen, weißt du? Da können wir spezifisch nach dem, was wir gerade brauchen, NPCs holen. Mega geil. So. Aber, nichtsdestotrotz. Ich würde gerne im Tagebuch meine Herausforderung, äh, gepinnen. Wildschwein und Wölfe. Haben wir natürlich keinen... Ah, jetzt haben wir natürlich keinen... Das ist eine dumme Quest. Ganz ehrlich. Moin. Das ist dumm. Vor allem hatten wir gerade alles, was wir brauchten. Einen Bogen und alles. Gibt es hier jemanden, der Waffen verkauft? Da gibt's Bockwurst. Okay, komm, wir ziehen die Wälder da oben rein. Wenn, da müsste es Wölfe geben. Oben in die Berge geht's Wölfe, ne? Ja, ich geh mal stark davon aus. Ich hab schon wieder gar nichts mehr. Holzspeer equipen. Das macht nur nix. Das macht nur nix. Ich werd die nicht ausnehmen. Ich werd die einfach bloß hunten, töten und wegrennen. Das ist mein Ziel. Sind Wölfe einfacher als Schweine? Keine Ahnung. Hm. Keine Wölfe. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir schneller Wölfe finden. Maybe hier oben. Muss doch Tiere geben, Junge. Das ist ne Hase. Okay, gut. Muss alles genau inspizieren. Oh, ja. Bitte Bogen, bitte Bogen, bitte. Da ist ein Wolf. Feichern. Kann das sein, dass der Hilfe ruft? Okay. Das war ein Fluchthuf. Keinen Bock hat er gar. Das ist so weird. Oh, fuck. Das ist ein bisschen blöd. Okay, der erste ist down. Und dann kommt der zweite. Scheiße, ich muss erstmal weg. Ich muss erstmal weg. HP sieht echt scheiße aus. Das wäre mir erstmal egal. Das wäre mir erstmal egal. Das wäre mir erstmal egal. Okay, gut. Das haben wir soweit im Griff, ne? So, ich speichere mal und gehe da jetzt hin. Mal gucken, ob die weggegangen sind. Sehr schön. Ich muss was trinken. Ich verstehe nicht, dass der Speer nicht mehr mit einem Headshot killt. Es wurde gesagt, Speer, Headshot, alles One-Shot. Außer diese Recents, Elche und Bären. Jetzt muss ich nur die Leiche wieder finden, wa? Die habe ich da mal reingeschnitzelt. Da liegt der. Ich muss den ja gar nicht ausnehmen. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm, Leute. Ich bin dumm. Ich bin nicht zu schwer. Fuck. Ganz schnell mal ein bisschen was ablegen. Okay, und speichern. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich habe nicht verbacken. Ich würde gerne etwas verbacken. Ich will mir das da aber auch noch genauer angucken, ne? Äh, da. Ich muss auch passen, hier gibt es noch irgendwo, Wolf. Kann es mir hier nicht angucken, ne? Einen Bogen wäre es so sexy. Ach. Keine Chance. No way. No way. Ich habe maximal probieren mit zwei Sperren. Oh, fuck. Bin ich erschrocken. Junge, bin ich erschrocken. Ich glaube, der ist weg, ne? Jetzt ist er weg, oder? Ey, ich habe da eine Eisenachse. Meint ihr nicht? Ich mache den mit der Eisenachse weg. Vielleicht mache ich den ja One-Hit mit der Eisenachse. Oder, 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 oder. Habe ich breitwegerig? Habe ich. Viel Stück. Die gönne ich mir erst mal. Dann... Eisenachse. Eisen... Eisenhammer. Faden 30. Bronzeachse macht 40 Schaden. Eisenachse. Ich habe da aber auch eine Eisenachse eingesammelt. Was ist ein Eisen? Die haben wir wahrscheinlich im Lager, ne? Lass nicht. Ja, okay. Tatsächlich. Die Bronzeachse macht richtig bad damage. Faden sich schon mal mega nice. Das heißt, theoretisch mit einem Sperren dann nochmal mit der Axt drüber zaubern, weißt du? Ich glaube, das kriegen wir hin. Äh, zwei. Das heißt, zwei und eins haben wir. Speichern. Schau mal, ich finde das jetzt wieder. Ich will da noch alles erkunden, man. Weil ich komplett raus mit dem Ding ist. Immer noch zu schwer, alles klar. Döcker noch raus. Let's do das. Finde ich das jetzt wieder? Da ist es doch schon. Okay. Ich sehe die nicht. Ich sehe die halt absolut nicht. Ist das ein Hase? Wirst eigentlich minder am Tag gerade sein, ne? Weil es wahrscheinlich bewirkt ist. so ein Scheiß drin. Hm. Ich kann keinen Wolf erkennen. eine Tonschale. Ja, geil. Ich glaube, ich habe schon perfekten Klang. Ich brauche keine Tonschale. Da lag ein bisschen Money. Money, 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 Money. Einfach nur Money und eine Tonschale? Wobei, die bringen bestimmt Geld, ne? Brennholz. Ja, gut. Finde ich scheiße. Ein Bogen wäre geil. Ein Bogen hätte ich jetzt gefeiert. Na komm, ich muss noch einen Wolf killen. Wo ich den finde. Irgendwo da oben ist er. Tatsächlich, Wildschweine sind nicht so krass böse, ne? Ist irgendwo breitwegerich. Da ist sogar noch Holzspeer. Hier, oder? Breitwegerich. Da war noch mehr. Breitwegerich. So. Alter! Ich peile doch breitwegerich an. Warum nimmst du alles andere auf? Please, tell me. Tell me please. So, jetzt halte ich auf jeden Fall auch ein Hieb aus von dem Wolf. Wo auch immer er sein möge. Ist der weg, oder was? Wo bist du hin? Werde dich finden und töten, wenn es das letzte ist, was ich tue. Dieses Pisswetter gerade. Aber. Ooh. Also.